Wann haben Sie denn Vermisstenanzeige aufgegeben für Ihre Frau, Herr Klager? Waren Sie bei der Polizei? Da kann ja auch mal sonst was passieren, vielleicht hat das ja gar nichts mit Ditche zu tun. Das kann natürlich auch sein. Machen Sie das doch nochmal. Die ist doch hier um die Ecke, ist doch hier in der Troblowitz. Was denn? Die Frau, seit wann ist sie denn weg? Ja, seit heute Mittag, sagt er. Heute Mittag, oder? Oh, dann macht die Polizei noch nichts. Meinst du nicht? Naja, muss doch mindestens 24 Stunden, glaube ich. Naja, aber wenn das jetzt so ungewöhnlich ist... Die taucht ja wieder auf, die Ditche hat doch keine Kohle, nix. Ich weiß nicht, ob Ihre Frau was hat. Das kann sie ja nun sein, ne? Na, dann hoffe ich doch mal. Hallo? Wo bist du da? Ach, siehst du. Ich habe ihn ganzen Tage so. Oh Gott sei Dank. Ich bin super, ich bin nur nicht. Ich habe überhaupt nichts getrunken. Soll ich mal, ich... So? Ich sage auch mal einen Satz mit... Satz mit... Acht. Ja? Ein Satz. Acht Worte. Acht Worte. Ein Satz mit acht Mal ohne Tü. Ja? Ja? Licht und Luft gibt Saft und Kraft. Pum. Was machst du denn? Du älter Schlaghaus, wo bist du? Mit zu. Ja. Ich dachte, du willst mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Ja, dann bitte nicht komm jetzt mal nach Hause. Das ist nicht... Wäre ich sie wieder da, oder was? Sie wollen nicht Kuchen backen, oder wenn ich... Ob das überhaupt nicht verstanden. Aber sie ist wieder da, ne? Ich weiß... Und war sie... Und mit Ditsche war sie auch nicht, ne? Das wäre... Komm, das geht aufs Haus, Herr Kager. Das wird schon wieder. Das geht aufs Haus. Das wird schon wieder. Auf den Schrecken. Ich toll, Mann, ey. Ich toll, Mann. Ja, ach was? Kommen Sie, das ist... Wir schauen. Herr Kager, alles Gute. Alles Gute für Sie, ne? Ja, für Sie auch. Toi, toi, toi. Herr Kager. Das wird schon, ne? Schönen Gruß zu Hause, ne? Jo. Mach will, mach will. Soll ich mal helfen? Ja, 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 für Sie es gehen, ne? Geht das? Bin auch reingekommen. Ja, alles klar. Wenn man Steh gießt, ne? Aber wenn man läuft nicht mehr, ne? Ja, ja, dann muss man laufen, ne? Ja, dann ist das alles wie ausgebaut, ne? Ja. Na, alles klar, ne? Jo. Komm, der da. Ups. Träck mal ein... Ich geb ein Haus für den. Sag mal. Den Schrecken. Der war ja auch bereit wie ein Ich, ne? Oh, Jo, was meinst du, wie der hier die Feiglinge weggezogen hatte? Ja, ich hab das... Ich hab keinen einzigen mehr. Noch einen Schnaps und noch einen. Ja, Prost. So. Ja, wo ist denn der Schieberamt jetzt nochmal? Ja, ich hab keine Ahnung. Offenbar war er ja gar nicht. Er war ja gar nicht. Der ist doch immer hier. Der muss gesehen haben, dass der Kager hier reinkommt. Ich glaub auch. Und hat sich deswegen versteckt irgendwo. Ich glaub auch. Der kommt bestimmt jetzt gleich rein. Der war wahrscheinlich gleich um die Ecke und hat gesehen und dann ist er hier. Ja, ja. Das ist doch ein Dämpchen. Sag mal, aber er war ja so... Reifenblau an meinen. Aber er war doch fertig, oder? Schleicht sich in die Garage. Weißt du was? Er war ein einziges Mal... Und aus dem Auto auseinander. Er war ein einziges Mal war er hier vorher. Ich hatte ihn nicht wiedererkannt. Schöner macht das, Herr Ringen, ne? Ich komm auch nicht mehr rein, Herr Rennen. Sag mal. Das ist ja nicht zufällig. 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 Vielen Dank.